Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es Euch gefällt. In Slowenien fährt an ausgewählten Tagen ein Dampfzug zwischen Jesenice im Norden und Noragorica im Westen. Die Lok entspricht der deutschen Baureihe 52. Gebaut 1944 bei Henschel in Kassel. Diese Bahn war Teil der Verbindung Wien-Triest und ging 1906 auf dem K&K-Gebiet des damaligen Österreichs in Betrieb. Begrüßung Abfahrt Bahnhof Kanal Die Zolcano Brücke ist die größte gemauerte Burgenbrücke der Welt. Die Flügelspannweite beträgt 85 Meter. Der Bahnhof Nova Gorica. Die Lok wird versorgt. Die Lok wird in der Nähe von der Flügelspannung. Die Lok wird in der Nähe von der Flügelspannung. Die Lok wird in der Flügelspannung. Die Lok wird in der Flügelspannung. Die Lok wird in der Flügelspannung. Kaffee Rückfahrt nach Jesenice. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR, ein Fahrt in den Wochreiner Tunnel. 6.300 Meter lang. Die Tropfsteinhöhle von Postoina ist 16 Kilometer lang. Besucher können davon 5,2 Kilometer besichtigen. Das heißt 3,5 Kilometer mit der Bahn und 1,7 Kilometer zu Fuß. Die Tropfsteinhöhle von Postoina ist 16 Kilometer. Bevorbe видet sich 16 Kilometer. Wie im Knochenk knowing die Art der Polizei. Wiedern um 12 Kilometer ab. Knochenkirchen hat, wo insbesondere bis zur Knochenkirchen, das gab es 30 Kilometer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020